Entschuldigung, jetzt bin ich aufgeregt, als ich jetzt bin, wenn ich drehe. Also, ihr lieben Menschen, ich bin zu doof, um selber an den Computer zu gehen und mir das alles anzuschauen, aber hier sind auch ganz liebe Menschen, die haben mir gezeigt, was ihr geschrieben habt und ich hab mich so sehr darüber gefreut und ich wollte mich für euch bedanken. Ihr habt mich ganz gut gesagt. Ja, und bevor ich rot werde, sag ich Tschüss. Und danke! Ciao, euer München. Ciao. Ich kriege nie genug vom Leben, ich kriege nie genug, ja, geht noch mehr. Ich hab noch was vergessen, ihr müsst ganz dringend dranbleiben, weil nämlich Axel Doktor Schwarz... Nein, ich kann das nicht, nochmal bitte, bitte. Ja, okay. Hast du? Ja? Oh, ich hab noch was vergessen, ihr müsst dranbleiben, weil Dr. Axel Schwarz ist jetzt was... Nein, ich kann das nicht. Noch mal auf, bitte. Ich kann kein Ansatz mehr aus. Also, Dr. Axel Schwarz, macht euch jetzt hier an Janie ran. Du, ich weiß jetzt... Warte, 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 warte. So, und jetzt muss ich euch als die Moore auch nochmal ansprechen. Bitte bleibt dran, ja. Zwei Herr Doktor Axel Schwarz, wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, sich an Janie dranmacht. Also, Daumen halten, Augen zu und durch. Tschüss. 10 Günther 10 10 11 11 13 16 19 20 Untertitelung des ZDF, 2020